Ich bin Geschäftsführer von der Credit Web Deutschland GmbH und wir beschäftigen uns mit dem Thema Baufinanzierung. Jeder Immobilienmakler beschäftigt sich ja mit dem Verkauf einer Immobilie und diese muss dann in der Regel immer finanziert werden. Und da treten wir dann in Erscheinung und versuchen dem Immobilienmakler zu helfen, die passende Finanzierung für seinen Kunden zu bekommen. Egal ob ein Familienhaus, Mehrfamilienhaus, Eigentumswohnung. Hauptsache wir finden die passende Finanzierung für den Kunden des Immobilienmaklers. Die Nachfrage ist doch schon da, weil viele Leute natürlich eine Lösung für ihre Kunden suchen und den Kunden auch ungern immer zur Hausbank lassen, weil die Hausbank rein theoretisch auch eine Immobilie anbieten könnte. Und von daher versuchen wir einen geschlossenen Kreislauf zu finden, dass wir eben dem Immobilienmakler als Dienstleister zur Verfügung stehen und ihm dann quasi durch die Immobilienfinanzierung auch den Verkauf der Immobilie erleichtern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017